Oh, 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 eine fette Ergermüllte, Gruß von mir auch, Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu allen neuen Röntgen von der Titanfall 2 Open Beta. Ich bin heute wieder mal mit dem wunderschönen Sturmgewehr R201 unterwegs. Ja, wieder mit meinen Iron-Typen, weil ich den am liebsten mag, den Iron-Titan. Und Stim natürlich auch wieder dabei. So, und ja, wir spielen hier wieder Bounty Hunt, weil das mein Lieblingsmodus ist, weil man da richtig gut punkten kann und schnell an Titans kommt. Auch mehrere in der Runde. Und ja, ich habe da mittlerweile ein bisschen mehr Übung drin in dem Spiel, denn ich habe mittlerweile schon ein paar mehr Matches gespielt, als ich aufgenommen habe. Was daran liegt, dass ich manchmal einfach aus Spielen rausgeflogen bin, weil das dann, weil da Fehler auftraten. Was aber auch passieren kann, weil das halt ein Open Beta ist und ja, da kann man halt nicht böse sein dann. Das kann halt mal passieren. Ist ja auch nur eine Testphase. Ja, lauf doch dazwischen, du Sack. Ja, ich habe auch mittlerweile ein bisschen farben, mehr geile Sachen gesehen in dem Spiel. Dazu werde ich auch ein kleines Video rausbringen, wie ich zwei oder drei davon mache. Ähm, das sind so Titan-Finisher, wenn die fast tot sind, die Titans, nur noch dieses kleine Extra-Leben da haben quasi, in dem man noch rausspringen kann, als letzten Ausweg. Äh, da kann man die finischen im Nahkampf und die sehen echt nice aus. Da muss man natürlich noch ein bisschen mehr dran machen und, ähm, die Sounds ein bisschen überarbeiten und dass das halt so ein richtig geiler Move wird. Aber die Idee alleine, die ist schon echt geil. So, ich renne mal schnell hier zur Bank. Oh, 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 nein! Der wollte mich gerade wegholen, der Sack. Aber ich will doch abcashen hier. Nein, nicht dein Ernst! Ach, komm! Warum? Mein Titan ist zu 69% fertig. Alter! Nee! Das kannst du jetzt mal bitte vergessen hier, ey! So, schnell! Wow, 80 Dollar! Hätten 160 sein können. So, danke dafür! Wow, 10 Dollar! Aber, mein Titan hat er auch. Gut aufgeladene Typ. So. Ah, der Erste hat er auch schon von uns sein. Und jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Bam! Rein da! Oh, ja! So, erstmal beide weggenudelt. Den auch. Ach, das ist ein gegnerischer Titan! Oh! Ähm, hoppala! So, schön rauf da. Vielleicht habe ich auch meinen Core. Acht Prozent nur noch. So, ich baller da mal einfach diese Trapwires hin. Oh, da scheint auch einer gerade reingelaufen zu sein. Ah, okay. Wir können jetzt Geld abliefern. Das machen wir auch gerade mal. So, das würde ich aber ein bisschen schneller machen. Ich will nicht wieder weggeholt werden. Ja, 200, das ist schon ein Sümmchen. Da hat es nämlich einer versucht. Das war so klar. Aua. Der hat gesessen. Aber, kein Problem. Zero problemo. Nimm mich mit. Jawohl. Und drin sind wir. Ja, more powerful as a team, Captain. So. Oh, da kam, glaube ich, gerade ein Titan runter. Ich muss mir das mal angucken, wie das aussieht, wenn die von oben runterfallen. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht. So, der hat gesessen. Laser Core habe ich jetzt auch. Okay. Will der nicht zu mir kommen? Ach, doch, da. Hä, ist das dein Ernst? Als ob der Typ sich dann verpisst. Da wurden mir gerade einer angezeigt. Ja, nichts hier weglaufen. Ich baller dir richtig hart in den Rücken rein. Ja, wie wir gleichzeitig das Ding beschossen haben. Ja, ich muss raus. Pass auf, ich hole ihn mir trotzdem noch. Ich hole ihn mir. Jawohl. Jetzt ziehe ich dir die Batterie raus, mein Freund. So, er ist gerade rausgesprungen, springt jetzt wieder rein. Ich springe jetzt rauf und werfe ihm die Granate rein. Dann machst du jetzt einen Abgang. Was? Immer noch nicht! Okay, er ist schon am Verrecken da. So, in dem Modus, in dem er jetzt ist, ich weiß nicht, wie man den nennt. Ähm. Da kann man ihn halt finishen. Okay. Auf einmal ist er despawned. Auf einmal ist er einfach weg. Ja, wenn du keine Lust mehr hast, hast du keine Lust mehr, ne? Dann machst du da nichts. Ist der Linkspunkt mit mir? Oh ja, und da ist wieder ein Titan. Das ist halt richtig nice, wie schnell man den hier kriegt. Das ist einfach geil. So, rein da wieder. So, erstmal plantstampfen hier alles. Zack. So, drei Stück noch. Den welch... Wo sind denn jetzt die anderen? Ich weiß leider noch nicht, was die... Ähm... Scheiße, was das hier bringt. So, das bringst du gleich rein. Okay, tut er nicht, aber... Oh, gut, den habe ich noch gekriegt. Oh, da ist ein feindlicher Titan. Ich weiß noch nicht, was das hier bringt. Die L... äh, die denke... Falt hast du. Das ist eigentlich so ein elektrischer Smoke, aber... Ich weiß nicht, ob das gegen, ähm, gegnerische... Scheiße, jetzt ist er hier nicht. Gegen gegnerische kann ich da... Nein. Ähm... Pilots ist, wenn die auf einen drauf sitzen. Ob die dadurch dann Damage kriegen? Keine Ahnung. Komm, den dubbeln wir. Jawohl, der kriegt ordentlich rein, der Typ. Ah, fuck. Naaah, rauf da! Gut, der ist weg. Ich muss hier raus. Guck mal, dass ich den ein bisschen verfolgt kriege hier mit meiner Thunderbolt-Raufballer. Okay, der hat ein bisschen Damage reingekriegt. So. Dahinten ist Fusion. Also müssen wir jetzt Titan-Scan für diese Bounty-Mission, aber da kann ich halt momentan nicht viel machen. Ich habe keinen Titan, womit ich noch raufballern kann. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich könnte mal gucken, ob ich irgendwo eine Batterie für meinen Kumpel da finde. Ah, nice. Der ballert mit seinem Core da drauf. Laser-Core. Pass auf. Batterie. Ich komme. Komm zu mir. Komm, schnell, schnell, schnell. Habe ich ihn? Okay, ein bisschen konnte ich ihn wieder voll machen, aber er ist trotzdem noch in den Down-Modus da drin, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ah, wahrscheinlich haben die ihn jetzt auch geholt. Aua. Nicht verfolgen, bitte. Nicht auf mich ballern. Oh, ich dachte schon, da steht Round-Loss, aber das ist Bounty nur. So, rauf da. Ah, der Gegner wird mich runterballern, oder? Ja, scheiße, das war klar. Ah, was hätte ich da machen sollen? Wow, 86 Dollar sind mir noch geblieben. So. Es ist ja nicht so viel. Alter, wollt ihr mir noch einen reindrücken hier, oder was? So, Moment. Da hinten sind wieder Batterien, die nehme ich mal mit. Oh, oh. Uncool. Rosa. Da ist er. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Das Duell könnte ich, glaube ich, nicht gewinnen. Aber außer Fähne kann ich ihn ein bisschen bearbeiten mit meinem Thunderbolt. Was? Boah, mir der Schadenschweifel, sei denn ernst. So, der kriegt schon mal Savon eine. Jawohl. So. Das bringt nichts darauf zu ballern auf das Schild. Da ist er. Ich baller alles drauf, was ich hab' gerade auf ihn. Nein. Kannst du nicht bringen, Junge. Du machst aber einen Abgang. Boah, Alter, übel. Nein. Ja, ich glaube, der kriegt echt dadurch Damage. Da kann man sich, glaube ich, echt die Gegner vom Hals halten hier. Fuck, ich muss raus. So, Batterie. Wo ist er hin? Da ist er. Alter, was ein Battle. Jawohl. Das war ein bisschen knapp. Ein bisschen knapp. Jetzt hab ich auch wieder eine Battery für einen Kumpel hier am Start. Ich muss ja nur wissen, wo hier haben wir überhaupt einen. Ne. Wir haben kein... Oh. Oh. Kein Titan am Start gerade. Oh, oh. Da kam gerade eine Granate geflogen. Oh, das ist meine. Den haben wir. Den kleinen Mini-Quant. Hat der eine jetzt einen Titan? Okay, der eine hat gerade einen Titan geholt. Von den Gegnern. Äh, es ist nicht so gut. Okay, das hier haben wir. Ich brauche aber noch ein bisschen, bis meiner da ist. 34%. So, ich mach mal ein bisschen schneller hier gerade. Scheiße, jetzt muss ich hier gerade nachladen, ey. Was mache ich hier gerade? Wo hänge ich hier fest? So, ich balle mal einfach da hinten hin. Vielleicht kann ich da ja ein paar Stalker wegnehmen. Wie er mich von da hinten abballern will. Das kannst du ja wohl vergessen, mein Freund. So, erstmal Geld platzieren hier. Oder auch nicht. Oh. Das hat ordentlich gezwiebelt, Alter. Huhu. Titan, hallo. Ich will echt gerne mein Geld hier abliefern. Okay, so. Oh, Titan kann ich auch holen. Ah, nein. Mein Titan. Wo ist er? Da. Oh, Victory. Boah, schon wieder vorbei, die Runde. Okay, da kann ich nicht durch das Fenster raus. Ich will in meinen Titan. Jetzt lass mich in meinen Titan. Alles klar. Ich will raus aus meinen Titan. Ich will auf ihn hier auf. Oh. Oh, shit, der hat gesetzt. Und wie das hier wieder tut. Und er auch. Ah, wie sind alle tot. Aber wo ist, diese Blau. Wir haben gewonnen. Aber, ja, die können jetzt alle abhauen. Da sieht man, wie der eine gerade aussteckt. Links unten. Und da hüpft einer rein. Zack, zack. Da kommt der nächste. Zack. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne einen Like da. Und er ist nicht mitgekommen. Der einsame Mann, der zurückblieb. Oh. Er holt noch einen Titan ran. Alles klar. Ja, dann verabschiede ich mich. Tschüss.